Gespräche über die österreichische Seele. Das neue Talk-Format aus dem Freud-Museum in Wien mit Dr. Liss Hirn und Dr. Peter Pehlinger. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie zu einer neuen Folge Pehlinger mit Hirn begrüßen. Gespräche über die österreichische Seele. An meiner Seite Peter Pehlinger. Mein Name ist Liss Hirn und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich darf Martin Schenk begrüßen. Er ist stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich. Er ist Aktivist, er ist Sozialexperte, er ist Sprecher der Armutskonferenz und er ist auch Psychologe. Und mit ihm möchten wir heute das Thema besprechen, was denn eigentlich Armut ist, wie sie sich jetzt in Zeiten der Pandemie zeigt und was Aussichten sind, um diese Armut in Zukunft besser in den Griff bekommen zu können. Herzlichen Willkommen. Hallo. Meine erste Frage wäre, wer ist denn eigentlich arm? Also wen kann man quasi als arm definieren? Gibt es da Kriterien, das festzustellen, auch schon vor der Pandemie, wie das ausschaut, das Leben oder die Person eines Armutleidens? Ja, das erste ist klar, wenig Einkommen, wenig Geld, knappe Finanzen. Aber das zweite, was immer noch dazu kommt, ist, wenn die Lebensbedingungen schlecht sind. Also wenig Geld ist das eine, aber feuchte, schimmelige Wohnungen haben für die Kinder, keine Schulsachen kaufen zu können, Angst zu haben, dass man die Monatsrechnung gar nicht zahlen kann. Das nennt man dann Deprivation, soziale Deprivation. Und wenn das dazukommt, spricht man von Armut und Ausgrenzung. Und das ist die aktuelle Armutsdefinition in ganz Europa. Und gibt es auch so Ober- oder Untergrenzen, also gibt es da einen Wert? Kann man es auch messen, jetzt im Sinne einer Zahl? Statistisch ist es bei 1200 Euro. Muss man aber aufpassen, das ist die Einkommensarmut. Viele Studenten, Studierende sind da drunter. Die würden man als Einkommensarm bezeichnen, aber nicht als depriviert, nicht als ausgegrenzt. Also deswegen ist es wichtig, beides zu unterscheiden. Wenig Geld ist das eine, aber wenig Geld und schlechte Lebensbedingungen das andere. Und die beiden Dinge sozusagen sind zentral, um auch eine gute Analyse zu machen. Das ist wahrscheinlich sehr abhängig auch vom Land natürlich, wo das gemessen wird. In dem einen in Rumänien ist Armut anders definiert als in Österreich. Voll, also Armut ist ein Verhältniswort. Das setzt sich immer ins Verhältnis. Genau, also wenn ich jetzt 700, 800 Euro habe, bin ich in Österreich unter der Armutsgrenze, könnte ich in Nairobi oder Kalkutta ganz gutes Leben führen. Der Punkt ist, nur mit den 700 Euro muss ich hier einkaufen gehen, hier die Miete zahlen, hier die Stromrechnung bezahlen. Deswegen macht es Sinn und man hat es auch eigentlich in den, man kann sagen Jahrtausenden, von Aristoteles weg, der auch schon die Armut immer ins Verhältnis, immer in die Lebensbedingungen, wo die Leute leben. Sonst macht die Definition keinen Sinn. Und hat sich das, wir kommen jetzt schon zum Hauptpunkt, was zur Pandemie hat, was hat sich da verändert in den letzten ein, zwei Jahren? Wir hatten vor der Corona-Krise, das ist vielleicht auch interessant zu wissen, Österreich war einer der wenigen Länder Europas, die sinkende Armutsraten gehabt haben. Seit 2015, 2015 ab, hat was zu tun mit der guten Konjunktur, dass der sehr viele Leute aus aufgesaugt hat in den Arbeitsmarkt. Auch Leute, die sonst draußen gewesen wären. Und mit der Corona-Krise ist natürlich jetzt, haben wir die umgekehrte Geschichte, dass jetzt die Armut zunehmen wird. Das sehen wir alleine schon, wie es heißt unsere sozialen Einrichtungen, sehen das sofort. Wir haben sofort die Schlangen gehabt bei den Lebensmittelläden, wir haben die Schlangen gehabt an den Krisentelefonen, wir sehen in den Sozialberatungsstellen, da tut sich was. Aber ungefähr auch erst seit, würde ich sagen, Oktober, November vorigen Jahres. Und warum ist das der Fall? Warum erst seit November, Oktober? Also warum nicht schon zuvor? Ich glaube, die Leute haben zum einen noch Ressourcen gehabt, die man mal aufbraucht, oder vielleicht Freunde, Freunde, Eltern, Verwandte, die ihnen noch drüber helfen. Dann ist viel gestundet worden, oder? Man hat Stundungen gegeben. Und irgendwann geht sich das nicht mehr aus. Dann sind auch relativ spät diese ganzen Hilfsfonds gekommen, die dann auch nicht immer gleich im Sommer schon ausgezahlt wurden. Da haben auch viele sehr lange gewartet. Und dann haben sie sich, glaube ich, da drüber gerettet. Und jetzt, sozusagen ab Jänner, Februar, sehen wir die nächste Welle und hat damit zu tun, dass viele dieser Hilfen jetzt auslaufen. Also wir haben jetzt gehabt, die Mietstundungen laufen aus. Jetzt mit viel Ach und Krach ist die Notstandshilfeerhöhung verlängert worden. Das war schon ein Riesenaufwand. Das wollten sie zuerst, glaube ich, nicht machen. Und dann hat es massiven Druck gegeben, wo dann drei, vier Tage dann nachher die Regierung das wieder zurückgegeben, sozusagen wieder aufgewertet hat, die Notstandshilfe. Also die wirtschaftlichen Folgen, das höre ich jetzt auch bei Ihnen heraus, die werden uns noch länger erhalten bleiben oder werden sich vielleicht noch verschärfen. Jetzt, man hört überall die Gruft zwischen Arm und Reich wird jetzt auch in Österreich wieder größer, jetzt auch gerade bei Ihnen. Die Krise scheint vor allem die zu treffen, die von Haus aus wenig haben. Deshalb jetzt meine Frage an Sie jetzt auch als Armutsforscher. Wer soll denn eigentlich für diese Krise zahlen? Na jedenfalls nicht die, die jetzt schon am stärksten betroffen sind. Das wäre dann die doppelte Keule. Wenn jetzt Leute, die am stärksten durch Corona, das sind eher das Untereinkommens Drittel, betroffen sind, auch wieder die sind, die zahlen müssen. Das geht, glaube ich, mit keinem Gerechtigkeitskonzept dieser Welt zusammen. Was man hinschauen muss genau ist noch, wir haben recht gute Zahlen von was passiert bei Wirtschaftskrisen. Anthony Atkinson, ein großer Sozialwissenschaftler, hat das erforscht über 40 Wirtschaftskrisen und ist darauf gekommen, dass die Ungleichheit nicht sofort steigt. Also nicht im Ersten, nicht im Zweiten, sondern eher im Dritten, Vierten. Das war auch 2008 nach der Finanzkrise so, dass erst 2011, 2012 sozusagen die Langzeitarbeit gestiegen ist, die Ungleichheit gestiegen ist. Also es gibt eine Verzögerung. Und auf das müssen wir, glaube ich, genau schauen, dass man vielleicht hoffentlich, dieser Virus in einem Jahr irgendwie halbwegs überwunden ist, alle sagen Juhu. Aber da müssen wir genau schauen, denn dann kommt erst sozusagen die Ungleichheitsfrage. Das heißt, das dicke Ende kommt erst. Die Ungleichheitsfrage stellt sich, glaube ich, dann zwei, drei Jahre danach, wo die Frage ist, wird gespart, wird gekürzt, wo wird sozusagen saniert oder wo wird investiert. Und wie die Kosten der Krise verteilt werden, entscheidet über Arm oder Reich in den nächsten zehn Jahren, bin ich ganz sicher. Eher Optimist oder Pessimist? Schwierig. Ich meine, nach der Finanzkrise könnte man jetzt sagen, aus österreichischer Sicht könnte man Optimist sein, weil Österreich war eben überraschenderweise, wenn man sich die OECD-Daten anschaut, bei den vier, fünf Ländern dabei, die ab 2012, 2013 eine Reduktion der Armut gehabt haben. Fast alle anderen, auch Deutschland, Europäische, Frankreich, Spanien, Eklat, Portugal, auch die Teil der Skandinavischen, außer Schweden und Finnland, haben eine massive Spaltung und Auseinander der sozialen Schere gehabt. Warum? Weil das alles Länder waren, die sehr stark im Sozialstaat eingeschnitten haben, die sehr stark Austeritätspolitiken gefahren haben. Und Österreich hat gemeinsam mit Dänemark, Luxemburg, ich glaube, Teil Schweden war dann so dabei, keinen so strikten Austeritätskurs gefahren, sondern sogar noch zum Teil in soziale Dienstleistungen investiert. Denkt man an Pflege, dieser Pflegefonds und so weiter, Mindestsicherung, Einführung 2010. Und das hat scheinbar, man sieht, Politik wirkt, es ist nicht wurscht, was Politik tut, hat in Österreich offensichtlich dazu geführt, dass diese Schere nicht so aufgegangen ist wie in den anderen europäischen Ländern. Also jetzt, wenn man es wieder so macht, wäre es gescheit. Nein, es gibt ja auch Bestrebungen, immer wieder mal gerade in sozialen Belangen einzusparen. Also es gibt ja auch genug politische Versuche, das zu tun. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung, also die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, also fördern die eine Art von Ausgleich, einen sozialen Ausgleich oder wirken die vielleicht gerade im Moment sogar eher ins Gegenteil? Also wem kommen diese Maßnahmen, die jetzt politisch gesetzt werden, im Moment wirklich zugute? Wir haben interessanterweise keine gescheite Studie über die Verteilungswirkungen der Corona-Maßnahmen. Das ist wirklich interessant. Also wir machen WIFO nachgefragt, sagen es, haben wir uns nicht angeschaut, hat keiner nachgefragt. Von selber machen wir es nicht, wenn wir kein Geld haben. Wenn das wäre ein Auftrag, gibt es gerne. Also es gibt es nicht. Ich kann es nicht sagen, so von der Ferne. Was ich sagen kann, ist schon, dass die sozialpolitischen Maßnahmen stabilisiert haben, auch das untere Einkommen ins Drittel. Das waren doch diese Stundungen und bestimmte Erhöhungen des Arbeitslosengelder. Aber auf Dauer geht das nicht. Jetzt haben wir Langzeitarbeitslosenrate von 140.000. Und da müsste man, glaube ich, schon längst was tun. Also ich finde, dass zu lang gewartet wird, dass die Regierung zu lang wartet, dass man schon jetzt was tun muss. Auch die Einmalzahlung an dem Arbeitslosengeld gibt es plötzlich nicht mehr. Jetzt wird die Sozialhilfe eingeführt. Die Mindestsicherung ist ja abgeschafft seit Jänner. Jetzt kommt die schlechte Sozialhilfe. Gerade in einer Krise, wo die Leute eigentlich eine Existenzsicherung bräuchten, wird in den Bundesländern der Reihe eines nach dem anderen eine schlechte, gekürzte Sozialhilfe eingeführt. Das ist auch nicht gescheit. Was ist denn die innere Logik dessen, die Neustandshilfe zu ersetzen durch Sozialhilfe? Logik war sozusagen, die sozialwissenschaftliche Logik und die sozialpolitische erschließt sich mir nicht, wenn man das Ziel hat, dass man Verelendung verhindern will und dass man nicht will, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinander geht. Wenn man aber will, dass man die Mindestlöhne unter Druck bringt, indem man zum Beispiel die vorgelagerten Sozialleistungen kürzt, das ist immer so, dass dann auch die Mindestlöhne nachgeben, unter Druck kommen. Wenn man einen niedrigen Lohnarbeitmarkt schaffen will, um sozusagen mehr prekären, unsichere Jobs zu haben, dann würde ich das auch machen. Also dann ist das sozusagen rational vertretbar. Jetzt gibt es ja immer wieder die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Da gibt es auch gerade im Sozialbereich viele Kräfte, die das unterstützen. Aber das ist ja eine doppelseitige Schwerte, irgendwie was Gefährliches auch, oder? Wir sind da gespalten. Die Armutskonferenz gibt es die Hälfte. Da kann ich sagen, ein Armutskonferenz sagt super Grundeinkommen mit guten Argumenten. Und der andere sagt, das ist ganz gefährlich auch mit guten Argumenten. Und ich bin da auch ein bisschen feig, wenn ich so zugeben kann, ich finde beide Argumente immer richtig und kann mich auch schwer entscheiden. Ich finde philosophisch und vom Menschenbild her im Grundeinkommen total logisch. Und klar, warum soll der Mensch, der Mensch ist mehr als das, was er leistet, als das, was er tut, sondern ihm kommen einfach Würde zu aufgrund seines Menschseins. Wenn man sich das aber dann durchrechnet und genau schaut, wie wirkt das und wie sind die Mitnahmeeffekte, dann ist man sich nicht so sicher, ob es gut wirkt. Ich glaube, da würden ja alle, nur zur Gleichstellung, ich glaube, da würden ja alle Sozialleistungen, bis ein Sozialhilfen, da wegfallen. Genau, zumindestens die unten sind. Die Gefahr ist, kann man sagen, was ist zum Beispiel ein Argument aus sozialstaatlicher Sicht, die Gefahr ist, dass gerade der präventive Sozialstaat, der sehr stark präventiv wirkt, über seine vorgelagerten Systeme, Gesundheit, Bildung, die universellen Leistungen, Familienleistungen, Pflegeleistungen und dergleichen, dass sozusagen diese präventive Wirktung geschwächt wird. Und dass man sagt, na gut, am Schluss hat eh jeder genug zum Leben. Was brauchen wir jetzt noch? Das können wir jetzt ja irgendwie ein bisschen freier lassen, weil die Leute ja eh nach unten gesichert sind. Aber was du wahrscheinlich am Schluss hast, mehr Armut als vorher, weil diese präventive Wirkung so stark ist, die verhindert, dass die Leute ganz runterfallen. Du hast dann zwar sozusagen unten gesicherte Leute, dafür mehr unten. Also die Frage, wie geht zusammen die präventive Wirkung der sozialen Sicherungssysteme zu erhalten, dass die untere Mittelschicht stabil ist und nicht Abstiegsängste haben muss und gleichzeitig nach unten Existenz zu sichern. Was sagen Sie zu dem traditionell konservativen Argument, dass man damit mit so einem Grundeinkommen zum Beispiel endgültig die Motivation raubt, Arbeit zu suchen? Ja, das ist ambivalent. Da gibt es wenig empirische Hinweise. Ich wäre schon glücklich und zufrieden, wenn wir wenigstens diese Mindestsicherung hätten, die jetzt abgeschafft würde, die noch lang kein Grundeinkommen ist, wo man eh sozusagen alles vermögen und offenlegen muss und sozusagen erst hingehen kann, wenn man eh nichts mehr hat. Wäre ich schon zufrieden, wenn man die hätte. Und die war ja auch schon unter Generalverdacht, dass sie die Leute nicht zum Arbeiten bringt. Man muss dann genau hinschauen, wer ist in der Mindestsicherung, um ein bisschen genauer zu sehen, welche Gruppen sind das. Und wir haben allein bei Familien mit Kindern 60 Prozent aller Familien mit Kindern in der Mindestsicherung arbeiten, also die Eltern arbeiten. Das heißt, du hast ganz, ganz viele Erwerbstätige. Das sind aber halt schlechte Jobs, prekäre Jobs, unsichere Jobs, die man verliert. Dann hat man wieder Mindestsicherung, dann kriegt man wieder oder man hat beides. Man hat so einen schlechten Job, dass man aufs Sozialamt geht und sagt, ich möchte das für die Kinder, weil ich sonst die Wohnung nicht zahlen kann. Das heißt, man muss aus dem Kopf, glaube ich, gibt es das alte Bild, es gibt da die Arbeit und da die Sozialleistung. Aber mittlerweile hat sich das soziologisch seit ungefähr 2000er Jahren total verändert. Die Leute haben das immer gleichzeitig. Also die Leute sind gleichzeitig in schlechten Jobs und brauchen dazu Sozialleistungen, damit sie irgendwie mit ihren Kindern drüber kommen. Und das ist ja das Spannende, auch das Menschenbild da zu hinterfragen, weil was ich in den Diskussionen rund ums Grundeinkommen ja auch höre, ist oft dieser Verdacht oder dieses Misstrauen gegenüber dem anderen, der dann vielleicht faul in der Hängematte liegt, während die anderen Leistungen erbringen müssen. Jetzt haben wir aber gerade in der Pandemie gesehen, in Bezug auf Leistung und Systemrelevanz, dass gerade auf die Personengruppen, die extrem viel leisten, einen sehr niedrigen sozialen Status oft haben und finanziell total benachteiligt werden. Das heißt, nicht einmal dieses Argument, dass jetzt Leistung fair belohnt wird und dann irgendwie zumindest Anerkennung genießt, ist ja eigentlich stichhaltig. Also wir müssen uns ja eigentlich als Gesellschaft ja auch einer Doppelmoral irgendwie stellen, oder? Oder zumindest eine Doppelmoral unterstellen lassen. Ja, die Frage, was ist Leistung, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil sie zeigt uns ja, dass das eben nicht so einfach ist und dass diejenigen, die Leistung mit Einkommen gleichsetzen, sozusagen ja 80 Prozent der Welt ausblenden. Weil eben, wir wissen ja, die Pflegerin kriegt wenig Geld, deren Leistung ist unbestritten. Wer andere, der vielleicht für die Gesellschaft nichts Gescheites macht, kriegt viel Geld, weil das Anerkennung, also die Leistungsdebatte ist eine komplizierte und jedenfalls über so ein Grundeinkommen nicht zu debattieren. Was wir noch einfacher, wenn wir ja da im Sigmund-Freud-Museum sind, das ist eine große Debatte auch gewesen, gerade ein Teil da in Wien, Mitarbeiter oder Schüler von Sigmund Freud, August Eichhorn, Rosa Tworschach, die sowas wie eine psychoanalytische Sozialarbeit gegründet haben im Roten Wien, haben sehr stark auch diese Debatte diskutiert, was sozusagen bewegt Kinder und Jugendliche ist es da gegangen. Wie sind die Kräfteverhältnisse? Warum entscheiden sich Kinder für das und für das? Und die hätten sehr stark diese dominante Anreizideologie, diese Belohnungsbestrafungs-, diese Rattenpsychologie nenne ich es, also wo man immer denkt, wir Menschen sind wie Ratten in einem Käfig und dann gibt es eine Belohnung und Bestrafung und dann reagieren wir eben nach diesen Reizen, hätten das ziemlich lächerlich gefunden, weil in einem psychoanalytischen Bild und Verständnis des Menschseins und wenn das Unbewusste stark ist, dann agieren wir ja in Kräfteverhältnissen, in Spannungen und entscheiden Dinge auch gegen unsere Interessen. Wir entscheiden ja nicht nur, was wir als finanziellen Kalkül richtig finden und die ganze Anreizideologie geht ja davon aus, dass wir jeden Tag total rational, logisch uns ausrechnen und jede arme Alleinerzieherin, wie das Beste für sie finanziell rauszuholen ist. Aber die entscheiden natürlich auch noch tausend anderen Gründen, was der Nachbar sagt, was mir ein Freund ist, was die Kinder sagen, wie der soziale Druck ist, auch gegen ihre Interessen. Also das, glaube ich, ist wichtig auch mit einzubeziehen, dass der Mensch nicht so funktioniert, wie sich die zum Teil neoliberalen Verhaltensökonomen vorstellen. Homöekonomikus war ja auch ein großes Bild. Wir sind schon dabei zu fragen, oder Sie haben die Frage gestellt oder schon aufgezählt, wer sind denn die Menschen heute, die in diese Kategorie fahren? Zum Beispiel der Mindestbezieher, Mindesteinkommensbezieher. Wer braucht denn heute? Hat sich das verändert in den letzten ein, zwei Jahren? Wer braucht Sozialhilfe? Hat sich stark verändert. Ganz viele Familien, ganz viele Alleinerzieher. Das ist auch so etwas Typisches für den österreichisch-konservativ-bismarckischen Sozialstaat mit Deutschland gemeinsam. Wenn du nach Skandinavien schaust, mit allen Problemen, die auch die dort haben, sind Alleinerzieherinnen kein Armuts, ist kein Armutsrisiko. Hat was zu tun wie männlicher Nährerhaushalt, sagt die Sozialstaatstheorie, auf dem sehr stark unser Sozialstaatsnetz gebaut ist. Egal, viele Alleinerzieherinnen sind mindestsicherungsbetroffen, viele Leute mit chronischen Erkrankungen, psychisch wie physisch. Sehr viel, 30 Prozent, das ist eine irre Zahl, finde ich. Da gibt es zwei Dynamiken. Nicht Armut macht krank, Krankheit macht arm. Das geht sozusagen wechselseitig hin und her. Und eine dritte Gruppe sind Langzeitarbeitslose, die für lange Zeit, meistens über 50 und auch mit Krankheiten, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt reinkommen. Wie schaut das bei den Kindern und Jugendlichen aus? Jetzt gerade auch mit der Pandemie gerade. Wir wissen nicht, wann sozusagen die Sache vorbei ist, unter Anführungszeichen. Wie haben sich da die Zahlen verändert, was jetzt Kinder- und Jugendarmut angeht? Mir sind zwei Dinge aufgegangen. Also bei uns, wenn ich jetzt in Einrichtung, also bei der Diakonie frage, wir haben ja Krisentelefons, wir haben WGs für Jugendliche, wir haben Notschlafstellen, wo auch Jugendliche übernachten, die auf der Straße stehen oder mit den Eltern Hausprobleme haben. Das ist massiv gestiegen. Und zwar ungefähr auch seit Oktober, November. Wir müssen zum Beispiel bei Therapien, wenn es um Essstörungen geht oder depressiven Verstimmungen, bis zu einem halben Jahre warten. Also wenn wir von Kinderfachärztinnen das überwiesen bekommen und sagen, wir haben halt keinen Platz. Es ist so ein Ansturm auf diese Plätze. Und ich glaube, das hat... Und die zweite Beobachtung ist dann die Empirie, die Wissenschaft, Corona-Panel der Uni Wien. Da ist für mich total bei den psychosozialen Faktoren, fällt immer auf, am stärksten betroffen sind die über 65-Jährigen und immer die 14- bis 24-Jährigen. Und bei manchen Indikatoren sogar die 14- bis 24-Jährigen stärker Schlaf-Einschlafstörungen, aber nicht die über 65-Jährigen, die 14- bis 24-Jährigen. Was war noch? Depression, Erschöpfung, Müdigkeit, die 14- bis 24-Jährigen. Einsamkeit. Gleich auf, die Alten und die... Also das heißt, da gibt es eine Gruppe, die, glaube ich, in ihrer Entwicklungsherausforderungen total gebremst ist. Und das ist ja irgendwie logisch. Das ist so, wie wenn du ein einjähriges Kind, dessen Entwicklungsaufgabe ist, gehen zu lernen, anbindest. Ich glaube, so muss ich so 15-, 16-Jähriger fühlen, wenn es darum geht, ich will die Welt erobern, ich bin neugierig, ich möchte Beziehungen haben, ich möchte... Es geht um Sexualität, da geht es um all das und das kann ich dafür nicht. Und das, glaube ich, ist schon ein Problem, ist ein Riesenproblem. Lösung habe ich eigentlich keine, außer Lösung meine ich jetzt in Bezug auf diese Virologie. Aber was es auf jeden Fall gibt, wir haben zu wenig Therapieplätze. Wir haben 60.000 fehlende Therapieplätze, von Psychotherapie bis Ergologotherapie. Und das ist ein altes Problem und es steht jetzt sogar im Regierungsprogramm, dass sie es angehen wollen. Tun müssen sie es halt. Jetzt kann die Pandemie dazwischen, werden Sie sagen. Ja, eben, aber das finde ich ja das dümmste Argument, das wir jetzt immer hören, wir warten, bis die Pandemie vorbei ist und dann kommt alles. Das brauchen wir aber jetzt. Jetzt brauchen die die Therapie und jetzt brauchen die Langzeitarbeitslosen was und jetzt braucht es Existenzsicherung und jetzt braucht es was am Wohnungsmarkt. Also das finde ich ein total, und das kommt ganz oft, also gerade auch aus dem, hören wir das aus dem Sozial- und Gesundheitsministerium, was ich wirklich für einen Fehler halte, wo man das Gefühl hat, wo ist das Sozialministerium zurzeit? Das ist irgendwie nicht vorhanden und das ist schlecht und ist nicht notwendig. Ist ein bisschen angegliedert dem Gesundheitsministerium zu finden. Und ist verständlich, ist verständlich voll, aber es ist nicht gescheit. Und man müsste, glaube ich, und es ist eigentlich eine Chance, finde ich, dass das Soziales und Gesundheit in einer Hand ist, weil das ja so zusammenhängt. Wir wissen, man kann Leute mit einer feuchten Wohnung genauso töten wie mit einer Axt, weil die haben dann Asthma oder man kann, wir wissen, Unterschiede zwischen dem reichsten Wiener Bezirk Hitzing und fünf aus dem Ärmsten sind sieben Jahre in Lebenserwartung. Also das hängt ja so zusammen. Da könnte man so viel tun. Jetzt bekommt man den Eindruck, dass in den Medien da auch ein Konflikt, ich weiß nicht, heraufbeschworen wird oder verstärkt wird, nämlich zwischen den Älteren und den Jüngeren, die Sie jetzt auch gerade irgendwie geschildert haben. Also die ältere Gruppe, die natürlich auch andere Bedürfnisse hat als jetzt die 14- bis 24-Jährigen, die total eingeschränkt sind. Jetzt stellt sich für mich die Frage, auch jetzt im Hinblick auf Vermögen, Kostenübernahme, Chancen in Zukunft, Generationengerechtigkeit, wie man vielleicht diese Gruppen, diese Bevölkerungsgruppen auch kurzschließen könnte. Also quasi die Potenziale, die beispielsweise ältere Gruppen haben, jetzt zum Beispiel finanziell gesehen, auch für die Jüngeren jetzt ganz stark eingeschränkten und benachteiligten Gruppen nutzen könnte. Gibt es da Projekte, Programme? Gibt es da Ideen, wie man hier auch Armut verringern könnte oder da Ressourcen verringern könnte? Also jetzt auf dieser gemeinschaftlichen Ebene gibt es schon, natürlich ist das jetzt nicht flächendeckend, aber es ist ganz viel entstanden, was wirklich noch immer hält. Damals in den ersten Monaten des Lockdowns mit Besuchsdiensten, mit Stehcafés in Gemeindebauten, wo ich gesehen habe, wo hauptsächlich junge Leute einfach alten Leuten helfen, einkaufen gehen, in Kontakt bleiben. Jetzt geht es auch ein bisschen mit den Testungen. Also da ist wirklich viel passiert und das ist noch immer so. Wir haben so Blaudertischerl erfunden, wo man sozusagen mit Abstand einfach eine Karte hinstellt im öffentlichen Raum und dann miteinander ins Gespräch kommt. Also ich glaube, da ist was passiert. Die große Konfliktfrage wird die sein und die Verteilung der Kosten. Und das ist eine ökonomische und keine Generationenfrage. Das wird eine Frage sein, wo lenken wir die Gelder hin, die wir brauchen, damit unsere Gesellschaft stabil bleibt und nicht sich spaltet und sozial in Arm und Reich zerfällt nachher. Ich würde sagen, tatsächlich hat es ja vor allem in der ersten Phase der Pandemie Ansätze gegeben, einer öffentlichen Debatte oder mehr noch einer verschwiegenden Debatte, Altgenjung. Also wieso müssen die Jungen für die Alten, die Hauptzielgruppe oder die Hauptrisikogruppe, wieso müssen die sich einschränken? Das hat sich ja, Gott sei Dank, sage ich mal jetzt zynisch gesagt, ein bisschen überholt, weil die Jungen, wie wir jetzt wissen, fast genauso gefährdet sind vom Virus. Und die Älteren, außerdem die ganz hohen Risiken, sind ohnehin schon weg von der Bildfläche, zynisch gesagt. Das heißt, ist das nicht ein bisschen, jetzt blödes Wort, ein Hoffnungsschimmer, dass sich diese Bruchstelle zwischen Jung und Alt nicht mehr ergibt, weil alle betroffen sind? Mir ist das auch aufgefallen, dass im ersten Lockdown die Debatte viel härter war zwischen Alt und Jung. Wenn Sie sich erinnern können, auch die Klima, nicht die Einladung, die Boomer. Und jetzt müssen wir für die, die uns das Klima kaputt machen. Die Debatte ist weg und ich sehe das ähnlich wie Sie. Ich glaube auch, dass es sich einfach auch durch diese virologisch-demografischen Dinge sozusagen entspannt hat. Die Fragen, die wir jetzt haben, ein bisschen, ich glaube, es wird aber auch weg sein, war die Impfneid-Geschichte. Wer zuerst? Das ist aber, kommt noch. Das ist im Entspannen, Gott sei Dank. Auch im Gott sei Dank, zum Glück, ja. Also ich glaube, die nächste Frage wird sein, und Sie haben es ja angesprochen, wird die Verteilungsfrage sein. Es geht gar nicht anders. Weil irgendwann werden die Leute fragen, haben wir einen Job? Ist meine Wohnung noch leistet? Was mache ich mit den Schulden? Wir haben jetzt ganz viele Schuldenberatungen an Leuten, die diese Stundungen jetzt auslaufen. Die sind natürlich noch Zinsen, auch noch angefallen. Was passiert mit dem? Wie wird mein Kind das, was versäumt ist, nachholen? Das werden die Fragen sein, die sich die Bürger und Bürgerinnen stellen, bin ich mir ganz sicher. Jetzt, wenn ich jetzt ganz salopp formulieren würde, ist, oder könnte Armut in Österreich heilbar sein? Schwierig. Also Matthias Sen, großer Armutsforscher und Sozialethiker, hat immer gesagt, das ist immer schwierig mit der Ausrottung der Armut. Das ist oft gefragt worden. Er hat immer gesagt, ihm ist schon recht, da würde ich mich anschließen, wenn man sie verringert und verringert und verringert, also wenn das Ziel ist, sie immer weniger und weniger und weniger zu machen. Das ist ein politisches Ziel. Ich glaube, dass das auch das ist, wo man, wo was politisch erfolgreich ist, ja. Also nicht die großen Utopien, sondern tatsächlich beharrliche kleine Schritte in Richtung einer Verbesserung. Ich glaube, in Bezug auf Armut, auf Armutverbesserung. Es gibt ja immer auch die konservative These, dass Ungleichheit auch ein Motor ist für gesellschaftliche Entwicklung. Das hat sich ja nach der Finanzkrise zumindest als falsch erwiesen. Und interessant war, Sie haben ja dann auch vom IWF und der OECD, also die Großwährungsfonds, stark davor gewarnt, dass eigentlich die Ungleichheit der Ökonomie und dem Wirtschaftswachstum schadet. Und da hat sich sehr viel verändert, finde ich. Ich bin gespannt, wie wir es deportieren werden jetzt. Aber Ungleichheit ist in Wirklichkeit ab einem bestimmten Grad kein Motor mehr, sondern eigentlich hemmend. Warum? Weil er zum einen die Potenziale von Kindern und Jugendlichen nicht nützt, sondern sie einfach, sagen wir mal, als ökonomisches vergeudet. Man lässt einfach Kinder, die viel können, einfach liegen sozusagen. Und weil sie einfach Folgekosten erzeugen. Weil wenn man die Schachtler an sich anschaut, okay, dann hat man Leute, die lange keinen Job haben, die werden aber krank, die fallen dann im Gesundheitssystem auf. Oder Kinder oder Jugendliche, die keinen Job finden, werden vielleicht kriminell, das kostet wieder uns was. In der Resozialisierung oder Leute, Obdachlosigkeit, das ist überhaupt das Teuerste. Jede Delosierungsprävention ist, glaube ich, 30-fach billiger. 30-fach was von der WU. 30-fach billiger, jemanden zu verhindern, dass er aus seiner Wohnung fällt, dass dann ihn als Obdachlosen zu betreuen. Also man kann das auch ökonomisch argumentieren. Jetzt ist es so, dass bis vor drei, fünf Jahren war der Fokus dieser Debatte sehr stark ausschließlich fast auf die Arbeitslosigkeit gerichtet. Mein Eindruck ist, auch das ist ein bisschen in den Hintergrund überlagert. Das heißt ja nicht, dass es nicht ist, aber es wird überlagert eben durch diese allgemeine Pandemie-Diskussion. Jetzt ist aber die Arbeitslosigkeit, wie wir wissen, dann spätestens mit dem Auslaufen, die Kurzarbeit wird auslaufen, als erfolgreiches Modell, einer kurzfristigen Aufschub des Ganzen, wird bald größer werden, wieder die alte Debatte. Ist das dann wieder der Hauptpunkt der sozialpolitischen Diskussion, die Arbeitslosigkeit? Ich glaube, wird sicher ein Hauptpunkt sein, aber ich glaube, wir werden mehrere, zwei, drei, glaube ich, Fokus haben. Das eine wird sein, eben Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen. Das ist 150.000, das ist noch nie gegeben seit dem Weltkrieg. Da zu überlegen, was gibt es dafür auch für innovative, neue Konzepte. Es gibt ganz interessante Sachen, jetzt auch wieder, hier sind Maria Jahu, der Arbeitsloser Marienthal, gibt gerade in Kamert-Neusiedel ein Pilotprojekt mit dem AMS, das versucht quasi, mit Langzeitarbeitslosen und gemeindenahen Dienstleistungen zu arbeiten und es wird auch wissenschaftlich betreut. Das zweite Feld wird Wohnen sein. Also wenn, vor Corona war es so, jetzt ist es natürlich anders, aber vor Corona war es so, die Leute, warum sie zu uns in die Sozialberatungsstellen kamen, waren drei Dinge. Das war Wohnen, Wohnen, Wohnen. Also leistbares Wohnen, das ist ein Top-Thema. Ich glaube, das wird bleiben und kommen und das dritte wird schon diese soziale Frage sein der Existenzsicherung, weil viele einfach da rausfallen werden, so wie es jetzt ausschaut. Und auch viele kleine Selbstständige, die sich gefragt haben, wer ist neu Selbstständiger? Ich, AGS, Leute mit kleinen Aufträgen oder die vielleicht mit einer Mitarbeiterin gehabt haben, denen sind ja voll weggebrochen, die Aufträge. Und wir werden mal sehen, ob das dann einfach so nahtlos wieder anschließt. Gerade eine Zeit lang diese Zielgruppe, die ja ganz groß, Start-ups und alle werden eigenständig EPUs, florieren und so, die Grafiker und alles, die sind ja jetzt hauptbetroffen. Hauptbetroffen, ja. Wir haben eine Studie gemacht im Auftrag des Sozialministeriums, Armutsbetroffenen und die Corona-Krise. Jetzt machen wir die Follow-up-Studie. Und das ist die Gruppe, die massiv, auch Künstler, Künstlerinnen, die massiv betroffen ist. Aber auch, es gibt ja schon überall diese Selbstständigkeit. Und es gibt ja auch in der Pflege Selbstständige überall. Und die sind völlig, völlig ins Nichts gefallen. Das heißt, dieser ja schon vorher überkommene Begriff, da gibt es einerseits die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, ist ja etwas verwaschen, dadurch, dass es eben sehr viel dazwischen gibt. Nämlich die sogenannten freien Selbstständigen, die weder frei noch wirklich selbstständig sind. Ja, voll. Also die Frage ist, bist du jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer und ist jetzt die Arbeiterkammer oder die Wirtschaftskammer zuständig, ist wirklich eine Riesenfrage und hat natürlich auch wieder mit unserem Sozialstaatsmodell zu tun. Da braucht sich eine Zukunftslösung. Also das ist auch, zum Beispiel Arbeitslosenversicherung für Selbstständige. Ich glaube, sowas muss man sich jetzt überlegen, weil das hat man jetzt gelernt aus der Corona-Krise. Da gibt es eine Riesenlücke. Naja, und auch Pensionsversicherung. Also die Rede auch vom neuen Prekariat ist ja tatsächlich angebracht, weil ja, wenn ich richtig informiert bin, ja auch sehr viele, auch sehr viele Frauen oft sich selbstständig machen, weil sie eben gar keinen Einstieg oder keinen Job mehr in einem Unternehmen bekommen könnten. Also es ist nicht immer eine freiwillige Wahl, Unternehmerin sein zu wollen oder selbstständig sein zu wollen, sondern ja auch irgendwie dann ein Zwang. Voll, ja. Und es wurde ja auch vom AMS lang auch vermittelt, eh wie Sie gesagt haben, sozusagen als ein Zukunftsmodell, sich da selbstständig zu machen, wenn man im Arbeitsmarkt nichts mehr findet, gerade auch für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und sozialpolitisch fällt dann das jetzt am Kopf, dieses Engagement. Und das kann man nicht machen, kann die Leute nicht bestrafen dafür, dass sie eigentlich mutig sich da was trauen und was auf die Krise stellen. Andererseits der klassische Arbeitsmarkt wird das auch nicht auffangen können. Ich denke jetzt nur an MAN in Steyr oder so was, wo 8000, ich hoffe, wenn wir ausstrahlen, nicht mehr, aber 8000 Arbeitsplätze in Gefahr stehen, ganze Region in Gefahr steht. Das heißt, mit klassischen Methoden der Arbeitsmarktpolitik, allein wird es nicht gehen. Es braucht natürlich auch Jobs, also die müssen geschaffen, wenn ich glaube, dass im Dienstleistungssektor, es zeigt sich ja auch, dass ganz Europa in die Richtung stark geht, dass da viel möglich ist, auch im Sozialbereich, dort wo ich arbeite. Das beginnt bei der Pflege, geht aber auch in Dienstleistungen, die sozusagen im Beratungsbereich sind, Kinder, Jugend, Bildung. Wie ist man auch wieder ökonomisch gesprochen? Ist sozusagen keine Geschichte, die man nur so macht, weil es halt gut ist für alle oder gut tut, sondern die auch ökonomisch wirksam sind. Gerade interessanterweise die Investitionen in Bildung, das weiß man, aber auch in die Pflege, weil da halt auch Umwegrentabilitäten entstehen. Du kannst das im ländlichen Raum machen, in strukturschwachen Regionen. Die Frauen müssen nicht den Ganzen, weil es sind die Frauen, die pflegen, den ganzen Tag daheim sein, können auch halbtags oder ganztägig arbeiten, wenn sie wissen, dass der Opa oder die Oma gut versorgt ist. Gleichzeitig gibt es da auch sozusagen regionale Investitionen. Also es gibt sozusagen Rentabilitäten, die auch ökonomisch argumentierbar sind, gerade bei der Pflege. Ich höre seit mindestens zehn Jahren das Megathema Pflege. Was hat sich da verändert? Ist irgendwas besser geworden? Wenig. Der Pflegefonds war das Letzte, eigentlich, dass sehr Geld geschaffen wurde, wo die Länder sich bedienen können und Dienstleistungen schaffen. Aber da braucht es, da braucht es was Kräftiges. Was könnte das sein? Ich finde interessant jetzt, was der Joe Biden macht. Diese riesige Investition, eigentlich ist das ein New Deal, finde ich fast. Dieses riesige Investitionsprogramm, das er schon sehr stark, glaube ich, auf Infrastruktur mit Brückenschienen und nicht nur aufbaut, aber nicht nur, sind auch soziale Leistungen, Dienstleistungen. Ich finde, sowas wäre europaweit gut. Also jetzt diesen neuen Recovery Plan, der ja von der EU jetzt aufgesetzt wird mit den 57 Milliarden, ist auch ein Teil drinnen. Aber ich glaube, das gehört noch viel stärker, viel stärker gemacht. Und das wird den Betroffenen helfen, es wird der Ökonomie helfen und es wird auch den Aufbau nach Corona beschleunigen. Herr Schenk, jetzt zum Abschluss. Wenn es eine Maßnahme gäbe, die Sie jetzt gleich umsetzen könnten, sei es, Sie haben die politische Macht, Sie haben auch die Ressourcen, die ökonomischen Ressourcen hinter sich, was wäre das denn? Eine ist schwierig. Wahrscheinlich bei den Schulen, Schulen verbessern, also das Schulsystem so organisieren, das wissen wir, wie das ungefähr geht, dass Kinder aus benachteiligten Familien dieselben Chancen haben, wie alle anderen. Das hieße dann vor allem wahrscheinlich Personal aufstocken, finanzielle Ressourcen. Ja, da gibt es diese Idee, der Chancenindex um Schulentwicklung, da gibt es ganz gute Beispiele in London, wir haben es in Toronto angeschaut, in den Niederlanden. Du musst kombinieren mit mehr Ressourcen für Schulen, die schwächer sind, sogenannte Bremenburg-Schulen, mit einer Schulentwicklung. Und zwar sollen die eher die Schulen voneinander lernen, die ähnlich sind. Also nicht die Idee, dass die Besten, weil das beschämt eher die Schwächeren, sondern die ähnlich sind, aber trotzdem sozusagen unterschiedlich gute Leistungen bringen. So haben das die Londoner gemacht und haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Gut, ein Teil dieser neuen Bildungspolitik müsste wahrscheinlich sein, auch in Frage stellen, dass mit zehn Jahren die Zukunft von Kindern fixiert wird. Ja, wir wissen ziemlich klar aus den Bildungsstudien, drei Dinge sind es, warum es in Österreich nicht klappt. Erstens, Halbtagsschulordnung ist zu wenig, es braucht ganztägige Gute. Das zweite, die Trennung mit zehn ist zu früh. Das dritte, was Kontexteffekt heißt, dass eben es Schulen gibt, wo sich die schwierigen Probleme sozusagen bündeln. Und die drei Dinge muss man angehen. Das eine mit dem Chancenindex, Ressourcen, Schulentwicklungen. Das eine, die Schule ganztägig führen, aber gut qualitativ. Und das dritte, wie es übrigens der Rest der Welt macht, außer nur mehr Deutschland und Österreich, bis 14 eine gemeinsame Schule zu machen. Vielen Dank, lieber Herr Schenk, fürs Kommen und für die vielen Antworten. Ihnen, liebes Publikum, auch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.